Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir mal das iPhone 5s auspacken und zum ersten Mal starten. Viel Spaß! Das iPhone 5s wird ganz genau wie sein Vorgänger in einer recht robusten Pappschachtel ausgeliefert, die von einem Bild des Gerätes, mehreren Apple-Logos und dem Schriftzug iPhone 5s skizziert wird. Die Schachtel ist zudem noch in einer Plastikfolie eingeschweißt, die man am besten mit einem Messer oder irgendwie sowas abtrennt. Hebt man daraufhin dann den Deckel von der Box ab, kommt das iPhone direkt zum Vorschein. Das ist dann auch nochmal vorne und hinten mit zwei Folien beklebt, aber die lassen sich ganz leicht abziehen. Ich habe jetzt hier das Modell in der Farbe Space Grau und muss echt sagen, dass das Teil einfach super edel rüberkommt. Ich bin nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass sich das Ding ganz genauso wie ein iPhone 5 anfühlen wird, weil sich das Design ja nicht großartig geändert hat, aber die neue Farbe und die verkromten Anschlüsse verleihen dem Gerät einen ganz neuen und eigenen Flair. Aber das iPhone selbst ist natürlich nicht das Einzige, was man in der Verpackung finden kann. Ganz oben befindet sich zum Beispiel noch eine Art Umschlag, der sich leicht an einer Lasche aus der Box heben lässt. In dem Umschlag befindet sich das Werkzeug zum Öffnen des SIM-Kartenschachts, zwei Kurzanleitungen, ein paar hochinteressante und auf jeden Fall lesenswerte Garantiezettel sowie zwei Apple-Sticker. Des Weiteren findet man in der Verpackung ein Lightning auf USB-Kabel, mit dem man das iPhone aufladen bzw. Daten übertragen kann, einen passenden Steckdosenadapter, falls mal kein USB-Port in der Nähe sein sollte, und Apples Earpods, die zwar teuren Kopfhörern keine Konkurrenz machen können, sich aber für Beipack-Kopfhörer auf jeden Fall sehr solide anhören. Passend zum iPhone 5s verkauft Apple auch eigene Leder-Cases. Die gibt's in mehreren verschiedenen Farben, kosten 40 Euro und bestehen laut Apple aus natürlichem Anilin-Leder, was auch immer das für ein Stoff sein soll. Verarbeitet sind die Cases ziemlich vernünftig, passend tun sie quasi perfekt, also wer sein Gerät noch ein wenig extra schützen will, wird hier glaube ich recht zufrieden mit sein. Aber genug gelabert, ich würde sagen, wir schalten das Baby einfach mal ein und schauen uns an, wie das erste Setup abläuft. An dieser Stelle ist richtig wichtig, dass man erst eine Nano-SIM-Karte in das iPhone einlegt, da es sich sonst nicht aktivieren lässt. Wenn ihr die SIM-Karte dann eingesetzt und euer Gerät hochgefahren habt, müsst ihr erstmal eine Sprache für das System und das Land, in dem ihr lebt, einstellen. Als nächstes steht die Verbindung mit eurem WLAN-Router auf dem Plan. Dazu wählt ihr einfach euer Netzwerk aus und gebt das passende Passwort ein. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, aktiviert sich euer iPhone über das Internet, was einen kurzen Moment dauern kann. Danach werdet ihr noch gefragt, ob ihr die Ortungsdienste nutzen wollt und bekommt die Möglichkeit, falls ihr bereits ein älteres iPhone habt, von einem iCloud-Backup wiederherzustellen. Wenn ihr euch dann noch mit eurer Apple-ID angemeldet habt, müsst ihr nur noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren, so wie die Nutzung von iCloud und der Mein-iPhone-Suchen-Funktion absegnen. Im nächsten Schritt wird es dann endlich so richtig spannend, denn man bekommt die Möglichkeit, dem neuen Fingerabdruck-Scanner im Home-Button vom iPhone 5S den eigenen Fingerabdruck beizubringen. Dazu muss man seinen Daumen mehrere Male in verschiedenen Winkeln auf die Sensorfläche legen, bis das System den ganzen Abdruck erfasst hat. Durch die dazugehörige Animation macht das auch echt gut Laune, da man direkt mit Erfolgserlebnissen belohnt wird. Um das Eingeben eines klassischen vierstelligen Codes kommt man aber trotzdem nicht herum, denn der hilft einem aus der Klemme, wenn der Fingerscanner mal streiken sollte. Nachdem man auch noch das Einkaufen per Fingerabdruck, die Nutzung von Siri und die Übermittlung von Absturzberichten an Apple zur Verbesserung von iOS abgesegnet hat, landet man dann endlich auf dem Homescreen und kann so richtig loslegen. Und an genau dieser Stelle bedanke ich mich dann auch noch bei euch fürs freundliche Zuschauen, über Feedback via Like-Button oder in den Kommentaren würde ich mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr übrigens noch mehr Videos zum iPhone 5S oder auch zum iPhone 5C sehen wollt, checkt einfach mal die Videobeschreibung aus, da sind ein paar Links drin oder schaut auf meinem Kanal vorbei. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal Ciao und bis zum nächsten Video.